Hallo meine lieben MyQTuber, schön, dass ihr heute wieder dabei seid und euch eingekriegt habt. Moin, mein Name ist Helge Tinken, ich komme aus dem Landkreis Cuxhaven und ich filme für MyQTube. Cuxhaven sind Filme aus den niedersächsischen Kuhstellen, die ihr euch angucken könnt, damit ihr auch wisst, wie es wirklich hinter niedersächsischen und deutschen Stalltüren zugeht. Heute seht ihr ja, ich muss mich Futter reinschieben.